Dann, einmal fröhlich Fahrstuhl fahren. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als sie es sich vorstellen können. Wenn sie jetzt weggehen, dann verurteilen sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Mark habe zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Ich will mir helfen. Ah, okay, das meinte er. Ähm, was zum... Ach du Scheiße. Kann ich ihm irgendwie da... Nö. Ähm, was meinte er vorhin irgendwie? Der Marker muss in eine andere Bestimmung kommen. Der Marker muss zurück. Was ist mit den Planeten? Der Planet ist sowieso total am... Am sterben. Ich dachte, das liegt hier an den Abbauprozessen. Aber... Irgendwie hat der Marker noch was damit zu tun. So. Ich gehe weiter. Auf zum Arsenal. Ja. Gott, ich habe ihn schon wieder. Echt, das ist auch nicht die Möglichkeit. Er ist nicht so... ...hundertprozentig. Der könnte irgendwie geiler sein. Ähm... Eine Sekunde. Nein? Ja. Ach Mann, was mache ich denn hier? Ich bin so aufgeregt. Höö. Jo. Oder... ...eine Sekunde. Ne. Nein. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, ist er. Puzzlchen. Das hat er überhaupt nicht gebracht. Ich will durch. Schlecher, schneller, schneller. Das braucht nicht die Möglichkeit. Die Energiekanone ist wirklich enttäuschend. Die ist viel zu langsam. Der fällt ja auseinander. Alter, das ist so eklig. Das ist so eklig. Das ist so... Das ist so scheiße eklig, ey. So, rück auf. Jagd auf Einzelteile. Öh. Alter, Mann. Wie man nur irgendwelches Gebamsel aus dem Augenwinkel sieht. Öh. Oh, Mann, ey. Stirb. Jetzt haben wir hier. Laserkanone. Und einen Energiekern. Sehr geil. Heilige Scheiße. Äh. Alles okay. Der Ripper. Nicht so aufregend bei den Viechern. Bei den anderen Viechern ist der nicht ver... Okay. Ah. Oh, Scheiße. Jo. Danke. Noch mehr Ripper klingen. Was ist hier los? Also. Ein Audiolog. Hier spricht Commander Cadigan. Wir haben Feinde an Bord. Das ist keine Übung. Feinde sind außerirdischen Ursprungs. Wiederhole. Außerirdisch. Und extrem gefährlich. An alle Kuhlmitglieder. Waffen bereit halten. Und nach Ermessen schießen. Das ist geil hier. Ja. Stell deinen Feinden... Deinen neuen Freund vor. Mega gut. So. Okay. Mit hier. Schießstand. Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen... Ist es Verschwendung? Ah. Ich habe unendliche Mission. Aha. Ja, nicht schlecht. Ähm. Als würden wir nicht schon genug rumballern. So. Noch mehr Ripper klingen. Alter. Langsam wird es aber echt ein bisschen... Peletrant. Also. Ich könnte auch mal ein bisschen was anderes... Also. Er wird so mega viel Ripper klingen. Voll übertrieben. Naja. So. Einmal öffnen. Alter. Was ist denn... Was ist denn... Was? Alter. Der hat wohl Bekanntschaften mit dem Laser-Roboter gemacht? Alter. Okay. Den Scheiß hätte ich gerne. Was ist es? Der Kurs. Ja. Voll gut. So. Da ist ein Sport. Da könnte ja was sein. Ich habe schon länger nicht mehr gespeichert. Ah. Ich müsste ja nicht rumkommen. So. Hier ist alles schön. Da ist alles schön. Da könnten wir jetzt vorbei. Dann ist eine Kiste. Und... Oh. Oh. Okay. Dankeschön. Alter. Was ist denn mit dem? Was so? Der glischt sich hier durch den halben Raum? Was zum... Leck mich doch am Arsch. Danke für die Munition. Also. Ich will an diese Kiste ran. So. Dann wird es ja gleich fertig. Jetzt ist es so rum. Dankeschön. Dankeschön. Und weiter. Weg, 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 weg. Oh. 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 Dankeschön. Noch mehrere Rippe klingen. Ähm. Hurra. So. Es geht weiter. Ähm. Damn. Damn. Heilige Scheiße. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Wenn ich mal bis zum... Ach ja. Fünf Schüsse. Einmal nachladen. Dankeschön. Da ist doch noch irgendwer am Start. Okay. Das ist zu. Geil. Und noch ein Energieknoten. Ja, mega gut. Vielen Dank. Ein bekannter Toter. Die Tür ist zu, zu. Ach ja, dieser dicke, fleischige Torso hier. Herrlich. So, es geht weiter. Gibt es auch noch zwei Kram. Was ist das? Das ist eine Zange. Oh. Wir können speichern. Das ist auch wahrscheinlich nicht so verkehrt. So. Einmal hier. Ja, danke. Und dann würde ich gern... Nein. Warum? Nein. Was ist... Warum? Die Laserkanone ist doch... Ah. Was ist denn das hier? Jetzt komme ich da nicht ran, oder was? Komm, mach mal. So. Noch mehr Laserkanone. Die Laserkanone ist viel zu lahmarschig. Die frisst bestimmt noch irgendwie fünf Kerne, damit man die überhaupt benutzen kann. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ein richtig, richtig mieses Gefühl. Dankeschön. Pletzt er auf? Nein, macht er nicht. Zum Glück sind es noch unbefugt. Äh, nachfahren? Also? Ähm. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Das ist ja zu irgendwo. Oh Mann, ey. So. Okay, dann guckt man's ja mit meinem kleinen Sägeblatt. Oh Mann. Alter, ist das so, das sind die Prämie, die Schiff ist. Ich habe keine Sägeblatt für vorliegen. Das ist gerade auch wahrscheinlich nicht so die Richtige. Oh, nee. Ey, was ist das hier? Was ist denn das hier zu teufeln? Nein, dankeschön. Ah, da hinten. Wir kriegen Besuch. Achso, nee. Die wollte ich gar nicht. Ich wollte die. Okay. Ich dachte, da passiert jetzt sonst was. Dass die Viecher einfach mal so richtig auseinandersplattern. Aber irgendwie... Also so? Knockdown aufgehoben. Aber den war ja wohl nicht so... Naja. Jo, dankeschön. Und man kriegt echt wenig Munition für die Dinger. Hm, 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 hm. Ja. Tja, das ist ja... Na, okay. Alter Schwede. Oh. Dankeschön. Ähm, no, 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 nischt. Der ist gedroppt. No, oder auch nicht. Huh. Hätte ich doch beinahe ja das kleine Midi-Pack vergessen. Hier vorne war noch ein Schränkchen. Äh, danke. Bisschen Muni. Geschön. Hm, hier ist auch noch ein Schränkchen. Ja, schön, sehr schön, sehr schön. Plasma-Energie. Die Krankenstation, die sieht auch aus wie... Weiß ich nicht. Also. Hat mehr Flair von der Leichenhalle, wenn ich ehrlich bin. Was sie ja letztendlich auch ist. Okay. Ähm. Dankeschön. Schön aufpassen. Vor den Fehlern in den Gravitationsplatten. Oh, dankeschön. Das kann ich wieder gut gebrauchen. Oh. Ein bisschen Credits. Ein Textler. Befehle. Verschlusssache. Priorität schwarz. Ich bin schief auf Staff. Earth Defense. Earth Defense, okay. So. Ah, ein Commander Cardigan. Operation White Light. Schauplatz, Egg-System. Planet wird nachgereicht. Okay, Ziel ist die Säuberung. Aha. Aha. So, CC-Schiff, Yuschi, Ishimura verstößt gegen die Befehle der Regierung. Sie sollen ein Marker... Woh. Warum wackelt das so? Ein Marker 3a geborgen haben. Special Ops hat System bestätigt. Konnte aber keine Planetenkoordinaten zur Verfügung stellen. Special Ops empfiehlt Vorsicht. Wenn Marker 3a geborgen wurde, wäre eine Infektion durch tödlichen Organismus eine wahrscheinliche Gefahr. Setzen Sie den Schockantrieb zum Egg-System ein. Begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ortung. Und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Aha. Seek and Destroy. Okay. Da sind die Außerirdischen einfach ein bisschen schneller gewesen. Ähm. Und haben die Ishimura schon mal... Na ja. Schägliches Kro-Mitglied ist unlebendig gemacht. Midi-Pack. Groß. Geil. Kostet wahrscheinlich 5000 oder so. Ähm. Ich kann mir Null leisten. Nada. Plasma-Energie. Also wenn ich ehrlich bin... Die Energie-Kanone ist echt für ein Popo. Halbleiter. Den verkaufen. So. Nehmen wir klein. Luftkanister mittel. Ah. Ah. Komm. Den verkaufen wir. Ja. Die extra Credits kann ich garantieren. Gut gebraucht. So. Stase-Pack haben wir dabei. Ein bisschen Plasma-Energie. Energie für die Laser-Kanone. Buh. Vier Schuss sind das immer nur pro Stack. Buh. Dann haben wir Strahl-Munition. Das könnten wir guten Gebissens verkaufen. Ja. So. Ripper-Klingen. Ripper-Klingen haben wir echt so en masse. Dass ich wieder eins in den Safe packe. Äh. Energie für die Energie-Kanone. Energie für die Laser-Kanone. Hä? Also nochmal. Laser-Kanone. Die hab ich. Energie-Kanone. Wo ist hier Energie-Kanone? Ach da. Was ist das denn? Ach. Ein Chinese-Booster auf kurzer Entfernung. Aha. Okay. Gut zu wissen. Ähm. Das ist ein bisschen verwirrend mit den Bezeichnungen. Da hätten sie irgendwie ein bisschen was anderes machen können. Finde ich. Okay. Ich kaufe mir ein. Wiener die Knötchen. Dankeschön. Und die Energie. Die Energie-Kanone. Kann verkauft werden. Definitiv. Ich werde mir keine. Ich werde mir keine Energie-Kanone kaufen. Die Laser-Kanone reicht mir völlig. So. Wir sind. Okay. Das große. Wenn ich mal den Safe packen. Dann werde ich mir noch. Mal zwei irgendwie einstecken. Und gleich mal irgendwie eins einwerfen. Jenes. Und jenes. Dankeschön. Es wird ein bisschen knackiger. Kann das sein? Ich nehme mir mal noch. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss. Es geht nicht anders. So. Das muss ich noch mitnehmen. Ähm. Und im Inventar haben wir. Echt. Plasma-Energie. 21 Schuss. Das ist echt. Und glaube ich. Wir schauen mal. Äh. Plasma-Energie. Dankeschön. Wenigstens das. So. Auf die vier. Einmal nach Lane, Isaac. Äh. Wir haben ja alles abgegriffen. Glaube ich. Ich finde die Dings haben wir nicht mehr reingeguckt. Aber ich glaube. Der Staubsauger ist wieder durchgegangen. So. Speichern wäre mal nicht verkehrt. Aber haben wir ja da hinten gemacht. Ist gut. Dankeschön. Oh. Diesmal von der anderen Seite. Ja. Mega geil. Ich. Äh. Es tut mir sorry. Ich kann dir nicht helfen. So. Speichern. Ja bitte. Danke. Das Bild wackelt. Ich möchte speichern. Ah. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.